Hallo, mein Name ist Stefan Weichinger, ich darf heute sprechen über DevOps, über das Projekt DevOps. Das DevOps-Projekt, ich sage jetzt eines vorab, meine Demo funktioniert nicht, weil ich hier kein Ethernet zur Verfügung habe und es über WLAN-DHCP-Probleme gab. Also muss ich mehr über die Hintergründe und so weiter sprechen. Ist aber kein Problem, das Projekt ist so groß, dass es 45 Minuten leicht fühlt. Wer von den Anwesenden verwendet Ansible und Konfigurationsmanagement für verschiedene Maschinen? Drei. Wer kennt Ansible nicht? Okay, wer will mehr über Ansible hören? Okay, am Nachmittag ist ein Vortrag. Das Problem ist heute ein bisschen, am Nachmittag ist ein extra Vortrag über Ansible, der quasi dann genauer darauf eingeht, was Ansible ist und ich spreche davor jetzt schon über eine spezialisierte Anwendung von Ansible, eben dieses DevOps-Projekt. DevOps, meine Folien sind in anderer Reihenfolge als das, was ich sage. Das ist kurz zu meiner Person, ich bin selbstständig tätig seit vielen Jahren im Open-Source-Bereich, betreue Firmen usw. und bin auch tätig in verschiedenen Open-Source-Projekten, schreibe, wenn mich jemand lest, hier und da irgendwelche Artikel, habe Übersetzungen gemacht usw. und so fort. Und manchmal, so wie die letzten paar Jahre, darf ich bei Linux-Tagen sprechen. DevOps ist ein sogenanntes Schachtelwort, DevOps vor Debian. DevOps kennen wahrscheinlich die meisten, das ist irgendwie so ein Passwort der letzten Jahre, wo man quasi die Entwickler mit den Leuten, die dann die Server betreiben und die ganzen Systeme näher miteinander verzahnt. Fühlsetzungen sagen, die dürfen sich jetzt eh alles selber machen, also es macht dieselbe Person Entwicklung und Operation dann. Und unter DevOps versteht man unter anderem den Einsatz von modernen Tools für Konfigurationsmanagement, für Automatisierungstools usw. und eins davon, Debian, glaube ich, kennt jeder, das ist der vordere Teil von diesem Wort, Debian Linux. Und DevOps jetzt speziell für Debian-basierte Betriebssysteme ist ein Projekt, das 2013 von einem polnischen Entwickler begründet wurde, der Maciej Delmanowski, der mir auch sehr viele Infos jetzt gegeben hat für diesen Vortrag, der war damals in der Situation, wie sehr viele Admins irgendwann einmal sind, sie haben zig Maschinen, es laufen da Jahre an Arbeit rein und irgendwann, keine Ahnung, beim tollsten Server, das teuerste Rate, irgendwann steht es. Und dann hat man einen Crash, man verliert Daten, man verliert Know-how, wenn man kein Backup hat. Es ist einfach der Wunsch aufgetaucht, jetzt auf Knopfdruck, mehr oder minder der berühmte Knopfdruck, Dinge wieder ausrollen zu können, zentralisiert verwalten zu können usw. Und da hat er begonnen zu suchen nach einem Tool, mit dem er das machen kann für seine Server. Damals gab es noch, es gibt immer noch Puppet. Wer kennt Puppet? Wer mag Puppet? Okay. Puppet ist auch ein gutes Tool, keine Frage, will man jetzt auch nicht unbedingt bewerten. Es gibt Tools für verschiedene Menschen, für verschiedene Anwendungsfälle, für verschiedene Zwecke. Puppet ist vielleicht etwas, hat einfach eine andere Philosophie dahinter. der Machi ist dann irgendwie damals gestoßen auf das Tool Ansible, wie man sieht hier. Ansible ist ein Automatisierungstool, das begründet wurde von Michael Dehaan 2012 und der Michael Dehaan hat auch ähnliche Probleme gehabt, nur hat er wirklich begonnen selbst ein Tool zu schreiben dafür. Automatisierung, Konfigurationsmanagement. Ich will möglichst zentralisiert meine ganzen Server beschreiben und will dann immer wieder erreichen können, wenn ich jetzt sozusagen auf Ausrollen klicke, dass diese Konfiguration rausläuft auf meine Maschine. Und das sollte ein Tool sein, da gibt es dieses Zitat von ihm, ein Tool, das man so leicht erlernt oder so gut erfassen kann von der Verständlichkeit her, dass ich es auch eine Zeit lang nicht angreifen, wenn ich es eine Zeit lang nicht angreife, ich komme zurück zu diesem Tool, muss es wieder verwenden, weil der nächste Server kommt, weil ich eine große Änderung ausrollen will und dieses Tool sollte so sein, dass ich das sofort wieder kapiere und alles wieder da ist und nicht wieder eine komplette Einlernphase. Das heißt, die Zielsetzung von der Entwicklung von Ansible war, möglichst simple, beschreibende Sprache zu verwenden, möglichst wenig Infrastruktur zu benötigen auf den Servern, die ich verwalten muss oder will und natürlich wie immer in der modernen IT Sicherheit, Zuverlässigkeit und einfach ist natürlich in diesem Kontext immer sehr relativ, aber so einfach wie eben diese Aufgabe entsprechend möglich. Ansible benötigt eben, das ist jetzt wahrscheinlich schon zu detailliert, das ist der Vortrag am Nachmittag, Ansible basiert auf der Beschreibung von Hosts und dann wende ich auf diese Hosts verschiedene sogenannte Playbooks an. Playbooks sind im Prinzip Anleitungen, wenn ich es hier sehe zum Beispiel, die Anleitung jetzt zum Verlassen dieses Saales ist, PC ausschalten, Licht ausschalten, BIMA ausschalten, Fenster zu, ja. Im Prinzip ist es ein einfaches Playbook. Ich muss prüfen, ist das Fenster geschlossen, wenn es nicht geschlossen ist, habe ich es zu schließen. Wenn es bereits geschlossen ist, brauche ich nichts zu tun. Das ist das Prinzip der sogenannten Idempotenz. Das heißt, ich kann ein Playbook wiederholte Male anwenden und eine Änderung wird dort angemacht, wenn sie notwendig ist. Das heißt, ich beschreibe den Zustand, den ich am Ziel, diesen Zielzustand, in dem ich dieses System haben will. Ich will haben, der PC halt aus zu sein, ja. Ich muss ihn nicht sozusagen beim zweiten Mal wieder einschalten und nochmal ausschalten und diese Idempotenz macht es möglich, dass ich Playbooks definiere, die ich dann immer wieder anwenden kann und wenn nichts zum Ändern ist, wird nichts geändert und wenn irgendein Zustand abweicht, weil ein anderer Admin irgendwas geändert hat, wird dieser Zustand wieder hergestellt. Diese Playbooks basieren wiederum auf sogenannten Rollen, das heißt, es gibt Rollen, zum Beispiel ich habe einen Web-Server, ich habe einen PfW-Server, ich habe MySQL und so weiter. Und wer schon mensibel verwendet hat, wird darauf gestoßen sein und man beginnt dann irgendwelche Rollen sich herunterzuladen, zum Github und so weiter, installiert sich die und versucht die für seine Zecke anzunehmen. Und sehr oft ist es dann so, dass man an den Punkt kommt, irgendwas Einzelnes funktioniert, dann nehme ich die nächste Rolle vom Github, dann passt das nicht zusammen, weil Abhängigkeiten bestehen, die nicht erfüllt sind und so weiter. Und aus dieser Not heraus sozusagen hat dann dieser Marc J. Demanowski begonnen, einmal ein Framework aufzubauen, wo sehr viele Rollen für Debian-basierte Hosts, für zig verschiedene Funktionen gemeinsam aus einem Guss sozusagen existieren und untereinander auch so kommunizieren, dass ich mir diese ganzen Konflikte und dieses Stückwerk sozusagen ersparen kann. Das heißt, ich kriege jetzt, das ist jetzt eine aktuelle Liste von den Playbooks und Rollen, die jetzt in diesem DevOps-Projekt drinnen sind. Da findet man jetzt Dinge wie MariaDB, wie eben Postfix, wie EngineX, aber auch so Basisgeschichten wie Netzwerkkonfiguration und so weiter. Aber auch große Projekte wie zum Beispiel GitLab. Also ich kann eine ganze GitLab-Instanz von der Basis weg bis zum laufenden Umgebung, inklusive Datenbank, inklusive PHP, inklusive Web-Server, ausrollen, indem ich es beschreibe als ein DevOps-Projekt. Und diese Integration von all diesen Dingen ist sozusagen die Leistung von diesem Projektteam. Und das macht jetzt dieses DevOps-Projekt so powerful und so mächtig in der Anwendung. Weil ich kann jetzt damit, angefangen von dem einzelnen Server, den ich so beschreibe, bis hin zu einem ganzen Data-Center oder mehreren Data-Centers, wenn ich sie habe, in einer DevOps-Beschreibung sozusagen abbilden und damit verwalten. Und damit eben zentralisiert Dinge homogen halten und dort, wo ich es individualisiert brauche, kann ich es individualisiert machen. Im Prinzip ist DevOps ein relativ kleines Projekt, was jetzt den reinen Datenumfang angeht. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Megabyte, aber da sind wir wahrscheinlich unter 50 oder so. Ich brauche im Prinzip auf meiner Maschine eine Handsible-Installation. Dann brauche ich ein bisschen Python, damit das eben dann funktioniert. Und dann installiere ich dieses DevOps-Paket und kriege dann dieses User-Sbin, User-Pin-DebOps. Oder je nachdem, das wird natürlich verpasst. Und dann gibt es in meinem lokalen Unterverzeichnis, dort local share, dann diese DevOps-Paybooks. Und damit kann ich im Prinzip beginnen. Ich habe da noch den Befehl DevOps-Update dazugegeben. Ich kriege damit automatisch die aktuellsten Stände von den GitHub-Repositories. Da gibt es eben 115 oder so einzelne Repositories, wo diese einzelnen Rollen gepflegt werden. Und die kriege ich so automatisch wieder runter. Das heißt, die kann so auf dem Stand bleiben. Und dann, das geht jetzt schon in die Richtung von dem Demo, das nicht funktioniert hier. Lege ich mir im Prinzip ein Verzeichnis an und initialisiere mir ein DevOps-Projekt. Und dann kriege ich hier diese kleine Struktur. Die bleibt nicht lange so klein. Das ist jetzt nur einmal das grobe Stückwerk. Das ist im Prinzip ein Ansible-Projekt-Directory, wo ich in einem Inventory eine Host-Datei habe, wo ich dann eine Liste habe aller meiner Hosts. Plus, wenn ich will, schon einzelne, allgemeine Variablen. Dann kann ich, wenn ich will, meine eigenen Playbooks, das kann man sich vorstellen wie ein Overlay, wenn ich hier für mein Projekt DevOps-Talk selber noch Playbooks schreiben will, die irgendwas Spezielles machen, kann ich mir die hier zum Projekt-Talk reinlegen. Dann gelten die für dieses Projekt. Deto natürlich auch kann ich eigene Rollen hier noch reinpacken. Muss ich nicht. Im Prinzip genügt es ganz klein für den ersten Versuch, in diese Host-Datei einen Blog reinzuschreiben, eine Host-Gruppe zu definieren, alle Hosts, die von DevOps verwaltet werden, mit einem Beispiel-Host. Wichtig ist, wie immer, oder wie sehr oft, sauberes DNS. Dieser Hostname sollte auflösbar sein. Diese IP sollte für mich natürlich erreichbar sein. Weil, wie die meisten wissen, Ansible eben über SSH dann mit diesem Ziel-Host spricht und darüber den kontaktiert und konfiguriert. Irgendwelche Fragen bis jetzt? Oder soll ich irgendwas weniger detailliert machen, weil Ansible bekannt ist? Oder irgendwas mehr detailliert? Alle zufrieden, super. Gut, SSH-Public-Key, da drüben war gerade der SSH-Vortrag, aber da unten. Logisch, Public-Key-Authentication ist quasi Basis für diese Kommunikation mit meinem Host. Eben der erwähnte Eindruck im DNS oder erwähnt für Testumgebungen, halt irgendwie lokal in meiner Host-Datei oder so. Und dann kann ich einmal versuchen, mit dem Ansible-Befehl, Module-Ping, einmal zu versuchen, kann ich mit diesem Host sprechen. Wenn ich das kann, dann kann auch DevOps mit diesem Host sprechen. Und dann gibt es verschiedene Rollen, die man da anwenden kann. Eine sehr übliche am Anfang ist es, diese Bootstrap-Rolle einmal auf diesem Host anzuwenden. Bootstrap heißt, es werden einmal die Voraussetzungen, sozusagen die Basis gelegt, auf diesem Ziel-Host, damit ich das mit DevOps ordentlich verwalten kann. Es wird der Host-Name sauber gesetzt, es wird die ETC-Host dort editiert, damit das stimmt. Auch mit dem Reverse-Lookup und so weiter. Es werden gewisse Python-Bibliotheken installiert, nicht viele, minimal. Und dann ist dieser Host im Prinzip fertig, einmal vorbereitet, damit ich ihn jetzt in meine DevOps-Umgebung einfliegen kann. Oder eingliedern kann. Und jetzt wäre natürlich schön das Demo. Ich kann es natürlich jetzt zeigen, in einem Terminal, wie das ungefähr ausschaut. Wie gesagt, diese VM kriegt im WLAN hier keine IP-Adresse, damit erreiche ich die nicht sauber. Aber ich zeige euch jetzt einfach einmal, wie jetzt mein Demo-Projektverzeichnis aussieht. Da sieht man, da ist schon ein bisschen mehr drinnen da. Im Prinzip gibt es in diesen ganzen DevOps-Rollen wird versucht, und das ist auch sozusagen die Philosophie des Ganzen, dass man sinnvolle Default-Werte natürlich setzt, wo ich keine spezialisierten Werte gesetzt habe. Es ist ein großes Augenmerk darauf, dass die ganze Sache sicher ist. Zum Beispiel, und das finde ich zum Beispiel mächtig, ich kriege, wenn ich jetzt dieses DevOps-Hootstrap, das wir vorher gesehen haben, dann gibt es den großen Lauf DevOps-Gesamt. Nur DevOps als Befehl heißt, führe alle DevOps-Playbooks aus für diesen Ziel-Host oder für diese Gruppe von Hosts, die aktiv geschalten sind für diesen. Und im Standardfall heißt es bereits, dass zig Dinge sehr, vielleicht gehärtet ist ein großes Wort, aber schon sehr ein sicheres System kommt da raus. Es kommt ein System raus, das zum Beispiel IP-Tables aktiv hat. Das System ist einmal dicht von außen. Es läuft Fail-to-Ban drauf, wenn ich das nicht explizit ausschalte. Das heißt, ich bin gegen Brute-Force-Angriffe geschützt. SSH ist nur erreichbar für meinen Host, für meinen Laptop oder für mein System, von dem aus ich diesen Host jetzt betreue. Das heißt, es werden schon einmal Defaults gesetzt. Es gibt ein Management-Netz, es gibt definierte Controller-PCs, die diesen Server erreichen dürfen. Alle anderen sind einmal per Default draußen. Das heißt, im Prinzip, nach dem Bootstrap und einmal DevOps ausführen, kriege ich eine Maschine, die schon einmal gekapselt ist, mehr oder minder. Da läuft nichts drauf, was ich nicht eingeschaltet habe. Es läuft eben SSH für mich erreichbar. Es ist das Netzwerk konfiguriert. Es sind die Time-Zone, die Sprache und so weiter, ist definiert. Ich habe einmal ein fertiges, schlüsselfertiges System, auf dem schon sehr viel eingerichtet ist, was ich sonst händisch machen müsste. Ich habe zum Beispiel automatische Updates, wenn ich das will. Unattended Updates. Das heißt, dieses Updating wird konfiguriert, automatisiert per Con-Job durchgeführt, wenn ich nichts anderes sage. Wie gesagt, da sind Defaults gesetzt, die eben das Projekt für sinnvoll erachtet. Und wenn mir das alles passt, dann ist es schön. Dann habe ich einmal eine dichte Debian-Maschine oder Ubuntu. Und dann kann ich beginnen und jetzt diese Maschine so konfigurieren, wie ich sie will. Und das mache ich dann nicht mehr, indem ich mich auf der Maschine selbst manuell anmelde und irgendwas reintippe, sondern ich versuche das alles in Variablen abzulegen, in denen ich diese Maschine sozusagen beschreibe und lasse dann DevOps das für mich ausführen und umsetzen. Als Beispiele haben wir hier, muss ich das mit den Gruppen- und Hostvariablen kurz erklären? Host-Variablen sind Variablen, die eben speziell auf einen Host treffen. Zum Beispiel hier auf den Host WordPress.example.com treffen diese paar Files explizit zu. Und die haben eine höhere Priorität als die Variablen, die da oben in den Gruppenvariablen vielleicht auch für diesen Host gesetzt werden. Das heißt, ich kann immer sehr schön zielgenau etwas setzen, aber ich kann auch sehr schön einen allgemeinen Standard ausrollen über eine große Gruppe oder über all meine Hosts. Und das ist mächtig. Wenn man das einmal zu schätzen oder verstanden hat, dann lernen wir das zu schätzen. Ich zeige einmal jetzt zum Beispiel eine Gruppenvariable. Für meine Gruppe all, also alle Hosts, die da drinnen definiert sind, schauen wir mal rein. Konsole. Gibt es zwei Variablen, die sind natürlich alle kilometerlang dokumentiert auf der Projektseite, die ich hier setzen kann. Zum Beispiel will ich meine Message of the Day haben, weil ich dort meinen Firmennamen reinschreiben will. Kann ich machen. Und dann gibt es Konsole-Packages. Das sind Pakete, die will ich standardmäßig auf jedem meiner Hosts installiert haben. Die kann ich hier jetzt auflisten in Form von einer Liste in diesem YAML-Format. Und damit erreiche ich auf all meinen Hosts, die in diesem DevOps-Projekt drinnen sind, werden diese Pakete installiert. Fertig. Und wenn ich jetzt draufkomme, ich will jetzt auf all meinen Hosts, keine Ahnung, VI haben oder so. Ich rede jetzt nicht davon, dass ich jetzt hier reinschreibe, Nginx zum Beispiel. Wenn das würde ich machen über die Rolle DevOps-Engine-X. Da gibt es eben dann diese eigene Rolle, die mir diese Applikation im Ganzen gehandelt hat. Aber so Kleinzeugs oder so Basis-Sachen kann ich zum Beispiel hier reinschreiben. Und das würde jetzt für alle gelten. Noch ein Beispiel. Was habe ich in Main drinnen? Admin-E-Mail. Ich schicke überall, wo dieses, also zum Beispiel das Start-Root, soll er dann eben diese E-Mail-Adresse von mir hinterlegen. Damit habe ich das über meine ganze Umgebung rausgerollt. Ist vielleicht nur relativ banal. Dann gibt es auch die Host-Variablen. Das selbe Spiel, aber eben dann gezielt auf einzelne Hosts. Und da ist ein Beispiel, und das ist eine sehr wichtige Rolle, diese If-Up-Down-Rolle. If-Up-Down ist ein Tool in der DB-Anwelt, mit dem ich Interfaces konfigurieren kann, Netzwerk-Interfaces. Wir haben heute den Lennart Pöttering im Haus. Der wird wahrscheinlich sagen, dass es besser ist, das mit System-D-Tools zu machen. Mag sein, kann ich nicht beurteilen. Dieses Projekt macht es oder ermöglicht es mir noch mit If-Up-Down. Nutzt allerdings auch gewisse System-D-Funktionalitäten, das dann umzusetzen. Ich kann hier jetzt für meine Zielmaschine definieren, wie sind diese Netzwerk-Interfaces zu konfigurieren. Wenn ich das nicht reinschreibe, dann wird automatisch angenommen, alle gefundenen Netzwerk-Interfaces werden zusammengefasst zu einer Bridge. Und diese Bridge kriegt über die HCP eine Adresse. Ist eine Entscheidung des Projektteams. Mag sinnvoll sein für Container und so weiter. Ich selber verwende wenig Container. Ich habe mehr physische Maschinen und VMs irgendwo, wo mir lieber ist, ich setze statisch eine IP-Adresse und die bleibt dann so. Und das kann ich natürlich sonst händisch machen und einmal in diese Interfaces-Datei reinklopfen oder ich gehe her und definiere das hier in meinem Projekt. Dieser auskommentierte Block, auskommentiert deswegen, weil ich versucht habe, die VM mit DHCP hier zum Laufen zu kriegen, was das sichere WLAN nicht erlaubt hier. Da sieht man zwei Variablen, wo ich einerseits setze, ich will jetzt statisch definieren und dann zum Beispiel dieses Interface kriegt jetzt diese und jene Konfig. Das ist der Beispiel-Konfig vor einem Testnetz bei mir zu Hause. Spricht glaube ich für sich selbst. Und damit, wenn ich diese Rolle, if updowndown, anwende auf diese Maschine, dann geht DevOps her, verbindet sich zu dem Host, generiert mir unter ETC-Network-Interfaces eine Konfig-Datei, die das tut oder das konfiguriert und dann ist das so auf dieser Maschine. Und ich kann das aber dann ändern. Das heißt, ich kann dann hier mit einer, wir haben es vorhin gesehen, bei der Gruppe, ich kann jetzt zum Beispiel so eine Variable natürlich auch für die Gruppe definieren. Ein Beispiel ist, ich habe die Gruppe VM-Wer, VMs, Standort A und für diesen Standort A ist mein Default-Gateway ja für alle diese VMs gleich. Das heißt, das will ich nicht in 100 Host-Dateien einzeln eintragen, sondern das will ich für diese ganze Gruppe gemeinsam rausblasen. Das heißt, ich setze das einmal als Gruppenvariable und kann so Zitmaschinen mit einem Lauf auf ein anderes Gatway umziehen oder so. Ist das klar, ist das unklar, ist das aufregend, ist das fad? Nichts. Gut. Dann mache ich einfach weiter. If up down, diese Rolle kann noch bei Weitem mehr. Es ist generell so, meine Erfahrung jetzt in diesem Projekt oder mit diesem Projekt bislang. Dieses Projekt ist noch relativ jung und damit auch sehr dynamisch und wie man weiß, scheitert es dann oder mangelt es dann immer gerne an der Dokumentation. Beziehungsweise ist es in dem Fall so, die Dokumentation, Internet geht ja, kann ich euch Internet sagen. Also dieser Rechner ist nicht mit Depops konfiguriert? Egal. Den Link seht's. Was ich sagen wollte, dieses Projekt ist sehr umfangreich dokumentiert, aber es ist sehr technisch dokumentiert. Ich kriege diese ganzen Listen von tausenden Parametern und so weiter dann sehr wohl zu lesen. Aber teilweise ist es schwierig, das irgendwo intuitiv selbst zu verstehen oder schnell darauf zu kommen, wie haben sich die das gedacht, wie ich das jetzt anwenden soll. Das Coole ist, dieser Chefentwickler, der Mathieu, ist sehr hilfsbereit, wenn man ihn zum Beispiel auf IRC kontaktiert. Ich habe das schon zwei, drei Mal gehabt, dass er mir dann angeboten hat. Und er macht TeamViewer, er schaut sich das an. Es hat schon Sachen gegeben, wo ich Bugs gefunden habe. Nicht bewusst, aber doch. Und dann natürlich wird das geändert und so. Also es ist eine sehr gute Kommunikation mit dem Projekt. Aber es ist jetzt nicht so, und das hat er mir auch geschrieben, es ist jetzt nicht Zielsetzung des Projekts unbedingt sehr einfach verständlich zu sein. Weil einfach das Verwalten und Konfigurieren einer großen IT-Umgebung ist nicht trivial und ist nicht einfach. Und da wird jetzt mehr Augenmerk darauf gelegt, dass Dinge sehr konsequent durchgezogen werden. Dass vielleicht der Komplexitätsgrad ein bisschen höher ist, aber dafür dieses ganze Tool mächtiger ist. Und natürlich ist es auch so, ich habe es gesehen, 115 Rollen jetzt derzeit. Diese Rollen sind teilweise, da sind auch welche drauf, die schon ein bisschen veraltet sind. Da sind welche drauf, die sind sehr gut und sehr modern gepflegt und auch vom letzten Stamm. Andere brauchen schon wieder ein bisschen Update. Oder auch, die lernen natürlich auch die ganze Zeit dazu, wie man etwas vielleicht cleverer macht oder so. Aber vielleicht der Teil, der jetzt, wo man sich fragt, naja, das kann Ansible ja eh auch alles. Was bringt mir jetzt dieses DevOps im Speziellen? Die Coolness ist, dass unter anderem, dass jetzt natürlich zwischen diesen Rollen zig Abhängigkeiten bestehen. Die stehen nie für sich alleine oder kaum. Als Beispiel, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich will zum Beispiel eine MariaDB. Oder mache ich ein kleines größeres Beispiel. Ich will eine GitLab-Instanz ausrollen. Dann sage ich, dieser Host gehört zu meiner Gruppe GitLab-Hosts. Bitte mach. Dann sagt die GitLab-Rolle, okay. Ich brauche aber dafür. Ich fange von unten an. Netzwerkkonfiguration muss da sein. Es muss eine Firewall-Konfiguration da sein. Es muss eben eine MariaDB installiert sein. Und zwar sowohl der Server-Part als auch dann eine eigene Datenbank-Instanz. Ich brauche ja nicht nur diese installierte Server-Software, sondern auch eine Datenbank mit dem Namen, mit dem User, mit dem Passwort so und so, die wiederum gesichert ist mit SSL und so weiter. Ich brauche einen Webserver. Das ist in dem Fall standardmäßig dann NGX. Dann muss ich PHP installieren. Da brauche ich diese und jene und noch jene Tools oder Libraries. Das heißt, diese sogenannte einfache Definition, du bist jetzt ein GitLab-Host, zieht jetzt zig Abhängigkeiten rein und installiert mir, so gut es eben automatisiert geht, also das geht gut, das ist jetzt falsch ausgedrückt, ich muss dann gezielt vielleicht noch einzelne Module zusätzlich konfigurieren. Das heißt, dass ich sage, ich will MariaDB und nicht MySQL oder so, aber es gibt eben sinnvolle Standards, die es mir ermöglichen, mit sehr wenigen definierten Variablen eine fix fertige GitLab-Instanz auszuholen. Und das wollte ich eigentlich zeigen, aber das kann jeder sagen, ne? Zum Beispiel WordPress. Es gibt eine sehr mächtige Rolle WordPress, die ist jetzt nicht Teil des Kernprojekts. Da habe ich dieselbe Geschichte. Ich sage, ich will WordPress, was brauche ich? Webserver, Netzwerkekonfiguration, Firewall, ich brauche PHP, ich brauche MySQL, wusch. Und dann kann ich dort definieren, das kann ich schon jetzt sagen, weil das steht hier in dem Projektverzeichnis. Man sieht hier oben, Moment, ich definiere eigentlich nur mehr, das sind die Rollen. Ich lege hier eine Gruppe an, wo haben wir es? Hier. Eine Gruppe WordPress. Und dann nehme ich die selbe Zeile wie hier in diesem All Hosts, WordPress.example.com mit dieser IP-Adresse. Das wäre jetzt mein Versuch gewesen, das hier zum Laufen zu kriegen. Diese Variable ist nicht zu ihm notwendig. Ich schreibe hier eine Gruppe, füge diesen Host hier hinzu und sage, DevOps WordPress. Und dann läuft der Prozess runter und es wird ein V-Host in Nginx angelegt, der heißt so wie dieser Name hier. Wenn ich es nicht überschreibe, ich kann eine Variable definieren, wo drinnen steht, die WordPress-Instanz heißt aber dann linux-tag.example.com. Ich kann eine Variable definieren, eine Liste von mehreren WordPress-Instanzen, die auf demselben Host installiert und vorbereitet werden. Es genügt, diese zwei Blöcke zu haben. DevOps All Hosts, Host drinnen, WordPress Host drinnen. Ausführen. Am Ende ist WordPress erreichbar unter dieser IP oder unter diesem Namen. Und ich kann mich, da generiert mir DevOps jetzt ein Passwort. Da gibt es dann dieses Secrets-Verzeichnis. es generiert mir hier rein ein Admin-Passwort. Wenn es wahr ist. Nur als Beispiel, das ist jetzt nicht das WordPress-Passwort. Das ist vom Root-Account. Auf jeden Fall analog dazu. Es wird ein Passwort generiert, wenn ich es nicht händisch angebe. Okay, ja. Nimm mal zum sehen, gell. Machen wir es anders. Ein sehr mächtiges Tool, was ich hier jetzt auch gerade sehe, ist dieses PKI. Hier sieht man es. MariaDB, das ist zum Beispiel das Passwort für diesen neu generierten WordPress-Datenbank-User. Schreibt einmal hier rein. Also vereinfacht gesagt, Passwörter, die ich jetzt nicht explizit angebe oder erzwinge, wird mir was generiert und hier in diesem Secret-Baum abgespeichert. Standardmäßig ist es so, es liegt sehr nahe, dass man solche Bäume natürlich in einem Gibt, in einer Versionierung verwaltet und dann will ich diese Secret-Baum vielleicht dort nicht drinnen haben. Das heißt, es wird auch standardmäßig diese GIT-Ignore schon mal angelegt, Secret-Baum ist nicht drinnen. Dass ich eben hergehen kann und trenne meine Konfiguration von meinen vertraulichen Zugangsdaten und so weiter. Ist nicht das Einzige Vault dafür? Es gibt auch das Einzige Vault. Ob das jetzt da verwendet wird, ich glaube es nicht. Aber ich denke, es ist möglich, das zu schalten. Es ist genau für das gedacht, dass das dann verschlüsselt nämlich gespeichert wird und dann kann ich es nämlich ins GIT einchecken und trotzdem kann es keiner lesen. Das ist dann das nächste Level. Eine mächtige Rolle ist zum Beispiel hier dieses PKI. Das generiert mir auch tausend Dinge. Ich kann damit eine komplette Infrastruktur für Public Keys und so weiter generieren. Das heißt, es ist gedacht, dass alle Services zwischen diesem Host miteinander kommunizieren, auf sichere Art und Weise kommunizieren können. Das heißt, ich kann eine Public CA definieren, ich kann alle möglichen, da bin ich kein Fachmann, tut mir leid. Es ist zum Beispiel auch möglich, mit diesem PKI-Tool Let's Encrypt-Zertifikate generieren zu lassen. Das ist sehr cool. Weil ich dann zum Beispiel sage, diese Variable habe ich irgendwo. es gibt eine Variable, das war jetzt blöd, hier unten. Ich setze für den Host WordPress.example.com das auf True. Es soll WordPress mit SSL erreichbar sein. und in dem Fall habe ich jetzt selbst eingenommen, weil wenn in einer Testumgebung ist diese Maschine nicht von außen erreichbar, dann klappt das mit dieser ACME-Challenge nicht. Aber hier könnte ich glaube ich reinschreiben, ACME, dann heißt das für DevOps, okay, ich muss dieses Tool ACME Tiny, das ist dieses kleine Tool, mit dem diese Zertifikate renewed und ausgestellt werden, ich muss das installieren, ich brauche einen Cronjob, das ist renewed, der setzt diesen Cronjob er generiert dieses Zertifikat für diesen Postnamen, so wie er hier steht, außer ich überschreibe es in einem Reibel und dann ist es fertiger und abhängig davon zum Beispiel, diese Variable schaltet mir in Folge in meiner Rolle für die Firewall dass der Port 443 für alle erreichbar sein soll. Wenn ich hier nicht SSL habe und sonst auch nirgends SSL verwende auf dem Host, ist der Port 443 dicht und das setze ich, da brauche ich nicht an fünf Stellen jetzt wieder irgendwas bauen, sondern ich kann das möglichst elegant an einer Stelle schalten und alles andere ist davon abhängig und gesetzt. Und wie gesagt, Demo wäre schön, ich kann nur sagen, das klappt. Und dieses PKI-Tool ist sehr, sehr mächtig, ich kratze da auch nur an der Oberfläche für die Projekte, in denen ich es einsetze, aber das ist sehr durchdacht und sehr stark. Gut, ich glaube, ich habe nur fünf Minuten oder so. Sieben. Sieben. Fragen? Gibt es etwas zur Visualisierung und sind nicht da die relevanten Variablen, die speziellen Variablen, dass wir nicht immer nachschauen, was sich das genau vorgesetzt? Gibt es etwas, wo ich durchschauen kann, für den Host, das jetzt genau das und das gesetzt? Das ist im Prinzip ein Feature für Ansible. Das heißt, ich kann dann mit Ansible, ich weiß jetzt den Befehl nicht, aber es gibt die Möglichkeit, dann beim Ausführen von dem Ansible mir zu erfragen, was zieht jetzt für diesen Host? Und dann kommen die ganzen Parameter so, wie sie sich zusammensetzen. Von den Defaults, drüber liegen die Gruppenvariablen, drüber liegen dann die Hostvariablen und dann gibt es ja noch die Möglichkeit im Ansible, ich kann ja dann sogar, wie wir es vorher gesehen haben, in dem Inventory, wo ist es da? Das ist zum Beispiel eine höhere Priorität, ich könnte hier in die Zeile auch Variablen setzen. Ich kann dann Variablen setzen als Command-Line-Optionen im Ansible und da ist es schon richtig, da kommt man dann gerne mal durcheinander, wenn das dann wächst und groß wird. Aber das gibt es, das ist eine Funktion von Ansible, dass ich das sehe, aha, das sind jetzt die gültigen Variablen, Werte und ich sehe das. Und das Defaults ist im Prinzip, das passt jetzt vielleicht auch her, nichts anderes als eine Art Rapper um Ansible, das gewisse Moment, gewisse Werte einfach dann setzt in diesem Projektverzeichnis, da sieht man, da sieht man das ja höchstlänglich, wo er dann was zig Quellen, Plug-ins, Rolls und so weiter zusammenzieht und dieses Defaults ist dann nichts anderes als ein Rapper mit gewisser Vorkonfiguration, der eben dann diesen Riesenbaum haben, ja, das kann man auch da noch zeigen, das ist jetzt eigentlich das, wo die Musik spielt, hier in diesem Unterverzeichnis liegen diese Rollen, und da drinnen, schauen wir rein, Tapops, Rollen, keine Ahnung, was das jetzt, ein gutes Beispiel ist, schauen wir in dieses If Up Down rein, da liegen eben dann meine ganzen Rollen drinnen, wie man sieht, auch wieder alles, das ist so ein Zeichen, dass das in einem Git-Repo drinnen liegt, da habe ich eben lauter einzelne Git-Repos dann lokal liegen, wo diese ganzen Dinger drinnen sind, und das besteht eben dann zum Beispiel aus diesen paar Tasks, so schaut das dann im Kern aus, was der dann tut, und da kann man, glaube ich, grob ersehen, wie viel Arbeit diese Menschen da reinstecken, weil diese When, dieses When-Statement, das schreibt man nicht selber, ja, und vor allem, es ist erstaunlich, immer wenn ich diesen Matje irgendwas frage, der braucht nicht 10 Minuten oder so, sondern der weiß eigentlich so gut wie immer, ja, das muss dort sitzen und klar, und das ist der Wert und jener Wert und so. Vielleicht abschließend noch in den letzten Sekunden, was ich noch sagen wollte, diese Fallstricke, die Lernkurve ist eher steil, das hat man, glaube ich, schon mitgekriegt, es ist ein sehr komplexes Projekt, was mir am Anfang immer passiert ist, Fern, das ist dieses IP-Tables-Verwaltungstool, also im Debian, am Anfang, ich habe es nicht verstanden, wie man es richtig macht, habe natürlich auch nicht gefragt, und dann ist es mir passiert, ich habe Debobs ausgeführt und dann habe ich mich nicht mehr anmelden können auf dieser Teal-Maschine, was natürlich, ja, jetzt habe ich eine sichere Maschine, aber ich komme halt nicht mehr rein, das ist, war ein bisschen frustrierend, das habe ich aber dann kapiert, wie das zu verstehen ist und wie man sich da wieder behüft, und so, es ist am Anfang, wie sehr oft bei mächtigen Tools, frustrierend, oder braucht Geduld, aber es lohnt sich, weil wenn man dann einmal, ich habe es beim Kunden mit circa 20 Maschinen oder so, im Einsatz hat, es ist dann cool, weil ich schaue dann in diesen Baum rein, ich muss mich nicht erinnern, sondern ich kann lesen, was ich wo konfiguriert habe, und wenn die vor allem abkrotzt, dann ziehe ich eine neue hoch, blass das wieder rein, und das ist wieder da, das funktioniert eigentlich sehr gut, wenn man das konsequent dann anwendet. Die anderen Punkte habe ich erwähnt, das Projekt ist noch sehr dynamisch, es gibt sehr viele Docs, teilweise noch nicht so strukturiert, wie es vielleicht oft hilfreich wäre, jedes Open-Source-Team könnte mehr Leute brauchen, und da kann man sich auch hier zum Beispiel melden. Okay, ich hoffe, das war jetzt der kleine Überblick, der ein bisschen interessant war und Lust darauf macht, dass man sich damit befasst. Wie gesagt, das Projekt freut sich über Anfragen, über Mitarbeit, über Spenden in Form von Kaffee oder Bier, Bier glaube ich, in Polen. Ich habe gesagt, es tut mir leid, dass dieses Thema jetzt nicht funktioniert hat, ich habe wirklich dunkel reingesteckt, aber dieses WLAN-Kabel sucks. Danke für die Aufmerksamkeit. An dem ist es nicht gegen, aber die VN, die ich auch nicht, ob ich habe, oder habe, hat keine DHCP, eine Papierreise geschickt, weil dieses WLAN so konfiguriert ist, dass pro physischer Leckerreise sind, wo alle ausgesucht werden, und jetzt die VN auf Zugriff, umbauen, oder das ist nicht. Nein, also duflosen, auch nicht, das ist leider geil. du, du, ich mach den Kopf wieder. Danke schön. Danke schön. Ja. 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 Ja.